Servus, da sind wir wieder, die Fanno Wackels. Na, was geht bei euch heute? Wir sind platt, planiert. Heute sind wir super müde. Nein, also heute geht gar nichts mehr bei uns. Wir müssen jetzt noch das Büro hier steppen und keiner hat mehr Böcke, oder? Nein, überhaupt nicht. Seien Sie mal ganz ehrlich, unsere Augen stehen auf Halbmast. Gute Nacht, liebe Welt. Nein, wirklich, heute geht wirklich gar nichts mehr. Nein, heute geht gar nichts. Sie hat gerödelt. Ich habe gerödelt, alleine. Sie war auf dem Sommerabschlussfest von der Tochter. Ein Sommerabschlussfest. Schulabschlussfest. Ein Schulabschlussfest. Ja, bitte. Das war der Lebensabschnitt meines Kindes. Mit der Schule. American Pie. Schools out forever. Sehr geil. Ja, heute wollen wir auch gar nicht viel verzählen. Da können wir eigentlich schon wieder aufhören. Ja, wir haben heute keine Lust. Nein, heute nicht. Nein. Aber wir wünschen euch trotzdem einen schönen Freitag. Vielleicht hat auch von euch jemand mehr Böcke wie wir. Ja. Vielleicht. Ja, vielleicht sind die anderen motiviert wie wir. Ja. 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 Wir machen Schluss für heute und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Wir machen immer Schluss. Oder? Ja, dann halt. Na, wenn es passt. Ja, genau. Sagen wir mal. Na gut. Dann. In diesem Sinne trotzdem. Schönen Abend noch. Und bis dann. Ciao, ciao. Bis das Wochenende. Hier fahren noch Wackels. Peace. 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 Peace.